Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist mehr so ein kleines Zwischending, denn meine Mutter hat sich schon seit einer Weile ein Bild für unsere Küche gewünscht und ich dachte zum Muttertag erfülle ich ihr diesen Wunsch endlich mal und habe das Ganze gemalt und aufgenommen. Das mache ich jetzt mittlerweile mit fast allen meinen Bildern, um dann zu entscheiden, ob das ein Video wird oder nicht. Und bei diesem Bild war ich mir absolut nicht sicher, weil es jetzt nicht so super spektakulär war. Deswegen habe ich auf Instagram gefragt, ob ihr dazu ein Video sehen wollt und eure Antwort war ja. Deswegen gibt es dieses Video hier. Zwischendurch wollte ich nochmal sagen, ich hatte mit meinen letzten zwei Videos Probleme mit dem Ton. Das war auch der Grund, warum ich mein letztes Video wieder runtergenommen habe, denn da rede ich ja nur. Und wenn da die Tonspur nicht passt, ist es total anstrengend, sich das anzugucken. Also vielleicht lade ich das dann nochmal hoch mit hoffentlich funktionierenden Ton. Ich habe auch schon eine Vermutung, warum das nicht geklappt hat und hoffe, dass ich das bei diesem Video hier vermeiden kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch endlich mit dem Video an. Wie zu fast allen meinen Bildern gibt es auch hier ein Inspirationsbild und das sind die Leinwände, die ich benutze. Die kleine Leinwand ist für meine Mama und die große ist für meine Schwester, weil die auch schon seit Ewigkeiten ein Küchenbild von mir haben will. Ich mache das noch. Versprochen. Dann habe ich einen Farbverlauf als Hintergrund mit so einem Puderton und Weiß. Das erkläre ich euch jetzt nicht, weil Farbverläufe sind einfach. Und dann habe ich mir eine Schablone gemacht für die Flaschen und die dann mit dem gleichen Abstand auf die Leinwand gemalt. Und da fangen wir auch schon bei der ersten Flasche an. Bei der ersten Flasche bin ich noch ein bisschen anders vorgegangen. Da habe ich erst eine Grundfarbe gemacht und dann nach Licht und Schatten hinzugefügt. Und was ich ganz gerne mache, um das Ganze weich ineinander übergehen zu lassen, ist mit meinem Baumwolltuch rüber zu gehen. Das kann man ein bisschen nass machen. Damit kann man zum Beispiel auch Farbe auftragen. Da habe ich ganz viel diese weißen Reflexe auf die Flaschen gemacht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also das ist immer ein Trick, den ich gerne benutze. Eigentlich war mein Plan, da volle Pulle mit Blattgold drauf zu klatschen, weil ich das mega schön finde. Aber da gab es nicht so viele Stellen, wo ich das hätte machen können. Ganz kurz nochmal, mit Blattgold arbeitet man folgendermaßen. Man hat eine Anlegemilch, pinselt die drauf, lässt die ein bisschen antrocknen und gibt dann Blattgold rüber. Es gibt auch was, um das zu fixieren. Das habe ich aber nicht. Und ich habe dann einfach am Ende des ganzen Bildes einfach Acrylack drüber gemacht. Also das passt auch. Zwischendrin habe ich dann mal eine Maltechnik geändert. Und zwar habe ich mir wieder eine Grundfarbe angemischt und dann die einmal verdunkelt und einmal heller gemacht. Und hatte dann quasi drei Farbtöne und habe in einem Malvorgang gearbeitet, weil ich weichere Übergänge haben wollte. Ich habe aber weiterhin mit meinem Baumwollhandtuch die Lichtreflexe gemacht. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe meinen Finger halt quasi in dieses Tuch so reingewickelt und dann ein bisschen Farbe aufgenommen, das ein bisschen abgestrichen. Und dann kann man die Farbe richtig schön auf die Leinwand reiben. Die schwarzen Schriften habe ich mit einem Marker gemacht, weil ich gedacht habe, dadurch wird es schöner. Aber ich bin einfach inkompetent in Schreiben. Ich verstehe es nicht. Meine Mutter hat die schönste Handschrift überhaupt. Und meins sieht einfach scheiß aus. Ich kann euch mal gerade schreiben. Guckt euch dieses weiße Etikett an. Wie schlimm. Und ich habe das schon mal neu gemacht. Also es sah vorher schon mal schlimmer aus. Ja, ich kann es einfach nicht. Und ich hatte dann auch keine Lust mehr, das neu zu machen. Und mir so gedacht, ja, scheiß drauf. Mann ey, ich könnte nicht das komplette Voice-Over über meine Schrift aufregen. Ich kann teilweise so kontrolliert mit einem Pinsel umgehen. Und wenn es dann um Schreiben geht, denkt sich meine Hand so. Bei Unterstützung geht es. Jo, bis dann diesen. Meine Damen und Herren, das war einer der Momente, an denen ich mich sehr witzig gefühlt habe. Ich finde dieses Video so genial. Ich habe es so gelacht, als ich es das erste Mal gesehen habe. Tja, viel mehr gibt es auch nichts zu sagen. Es sind halt fünf Champagnerflaschen und da bin ich ähnlich vorgegangen. In der mittelsten bin ich noch mit so einer Perlglanzfarbe drüber gegangen. Das hat dem Ganzen so einen metallischen Look gegeben. Und ansonsten habe ich meine Technik eigentlich beibehalten. Ich arbeite momentan gerade noch an einem anderen Projekt. Und zwar handelt es sich um ein Taschenupcycling. Und je nachdem, wie das so wird, wird das wahrscheinlich mein nächstes Video. Und bei diesem Video sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.